Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ich spreche Englisch. Ich leider nicht. Da muss ich mal meinen Bruder. Da müssen Sie nur einen Moment warten, ja? Okay. Einen Moment. Guten Tag, Ludov. Ein bisschen, nur ganz klein wenig Englisch. Ich hole meinen kleinen Bruder. Ja. Und einen Ninja-Motor? Ja, einen Ninja-Motor, ja. Kein Kontrollbord. Es muss ... Ich hole meinen kleinen Bruder. Okay. Money! Ja? Ich bin da. Foto? Ja, ja. Hallo. Daniel. Ich schaue die Zierleisten, die Gummileisten an der Seite. Ich habe drei davon, aber ich habe die Fotos. Fotos, ja? Ja. Ja, habe ich auch verstanden. 1.8 oder 2.0. Der Motor? Nein. Nein. Nein, den Motor nicht. Nein. Nein, den nicht. Das ist der neue Motor, der Ju Motor, der neuere. Den haben wir nicht, nur die älteren. Nein, ich brauche diesen Motor. Ich brauche irgendeinen anderen Motor. Ich brauche nicht diesen Motor. Den Motor nicht, keinen Motor. Den nicht. Nein. Der Motor nicht. Der Motor nicht. Achso, kein Motor nicht. Welche 2.0-1.8 für Opel und Astra ist es okay. Nicht diesen. Den Motor nicht. Ich brauche ihn nicht. Den Motor nicht original. Dein Bruder? Der Bruder kann noch weniger Englisch. Die Lampen ist lecker. Die Lampen wurden nur eine Juillampe. Eine neue Lampen. Keine gebrauchte Lampen. Eine neue, eine Joule-Lampe. Was? Joule? Joule, eine neue. Ich sag mal, Bruder, bitte. Eine Minute. Jesus Christus. Ich habe keine Ahnung, was er spricht. Ich war da draußen, hab so gefragt. Ich kann ja nur ein paar Wörter Englisch. Aber wahrscheinlich für den Astra brauchen wir die Maschinen, die 1800, die 2. Aber 2 Liter Ökotech. Wir haben ... Da geh einmal ganz kurz rüber. So, komm, kleiner Dicker. Ich hab keine Ahnung. Doch, ich komm. Ich geh einmal hin. So. Big Brother. Big Brother. So, du brauchst Opel-Maschinen. Maschine ... Ökotech. Nee, Ökotech, nein. Ökotech, nein. Ökotech ist nein. Was hast du? 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 Wir haben normale O-H-C. 1800er. Okay. Richtig. So, ich will ihn. Ich will ihn. Ich bin interessiert. Ich will ihn. Die 1800er. Wie viel kostet die? Aber kein Wort. Kein Wort. Eine? Zwei? Eine, zwei. Eine, zwei. Eine, eine. Ich frage Bruder. Moment. Du ... Sag mal Bescheid. Was eine Maschine braucht. Eine Maschine. Das ist so lustig. Ist er immer so? Ja. Das ist echt. Das ist sehr. Das ist viel Spaß. Ich bin froh, dass du deinen Job machst. Scheinwerf noch für den Fiorino. So, da fährt die Lampe. Wir verstehen uns ja jetzt. Für den Fiat. Endlich. Er kann dir helfen. Kannst du ein bisschen hier Englisch? Englisch? Ja. Ich komme da nicht mit klar. Ich erzähle es ab. Ein bisschen. Besser als nicht. Besser als nicht. Ich will das, was sie haben. Kannst du ihnen sagen, dass ich das 1.8 Liter Auto möchte? Also, er will keinen mit elektrischer Motorsteuerung, sondern brauchen 1,8 Liter für einen ... Was sagst du? Astra. Für einen Opel Astra. 95er Baujahr. 95er. Der hat aber eine Spritzanlage schon. Oder hat der noch Vergaser normalen? Dieser Motor hat einen Injektor? Oder einen ... Was ich nachher schaue? Ich will nicht einen Injektor. Ich will die alten Version. Weil ich ihn in Afrika ziehe. Und es ist einfach für die Mechaniker. Weil ... Ja. Also er braucht eine normale Maschine. Die passen im Astra, im Vectra rein. Überall passen die rein. Aber momentan ist keiner da. Die kriegen wir ab Montag erst rein. Ab Montag kriegen wir ein Auto. Dann kann man ihn ausbauen. Dann kann er am spätesten Montagabend oder Dienstag haben, wenn er einen kaufen kann. Wenn er einen kaufen kann. Und schützt haben. Ja. Da muss er wissen, ob er haben will. Will er? Daniel. Ach Daniel. Ach Daniel. Du Daniel? Ja, du Daniel. Ich bin Daniel. Nein. Serious? Ich kann dir meinen Pass zeigen, aber ich bin Daniel. Wirklich? Ja. Ja. Nein. Natürlich. Du schützt mich. Nein, Daniel. Okay. Nice to meet you Daniel. Ja, wir sind mit Ihnen. Was ein Pulsierer.